Zum ersten Mal hat England in der ersten Hälfte in einem WM-Match fünf Tore geschossen. Harry Kane mit vier Toren jetzt mittlerweile ex-equo, mit Cristiano Ronaldo und auch mit Romelu Lukaku. Also das, was die Engländer bisher jetzt gezeigt haben bei der WM, ist das deiner Meinung schon ein bisschen über den Erwartungen? Nein, man muss auch... Nein, das würde ich nicht sagen. Die Engländer haben eine gute Qualifikation gespielt. Ich denke... Herr Herbert hat sich verschluckt. Ich denke... Danke. Danke, besser. Okay, ich glaube, wir machen eine Pause damit, damit sich der Herr Herbert erholen kann. In Kürze geht's weiter bei Michael Bacher. 5 zu 0, Schwinde Engländer.